Hallo Kinderlein, kurzes Infovideo, ich hab voll Stress und so erwischt und zwar Am Dienstag findet der Communityabend statt, der nächste Dienstag jetzt, ich weiß das Datum nicht Aber am kommenden Dienstag ist Communityabend, von 18 bis 19 Uhr wird gezockt und da nehme ich auch auf Ich weiß nicht, ob ich danach noch Zeit habe, auf jeden Fall zocken wir von 18 bis 19 Uhr Das Spiel, ähm, was hat jetzt gewonnen? Ich muss kurz gucken, verdammt Gary's Mod hat gewonnen, also wir sehen uns dann in Gary's Mod, äh, edit mich bei Steam Meine Steam-Daten stehen hier unten in der Beschreibung drin Killer-13, der mit dem Totenkopf, schwarzer Hintergrund, roter Totenkopf Vielen Dank, bis Dienstag, toll, ciao Sollte man mich abonnieren? Ja Sollte man mich favorisieren? Ja Daumen hoch geben? Ja, 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 ja Sehr gut